Technikbauer sagt, hallo zu einem neuen Video. Im heutigen Video zeigen wir euch, wie ihr bei euren Android Fernseher den Entwicklermodus starten könnt. Wie das funktioniert, wie immer nach dem Intro. Viele von euch kennen das ja, es funktioniert beim Tablet, beim Smartphone, genauso wie auch beim Fernseher. Nämlich den Entwicklermodus hier zu aktivieren. Und dafür muss man eigentlich nur ins Menü gehen bei euren Android Fernseher. Und dann wechselt ihr hier zu den Einstellungen. Dann müsst ihr zu diesem Punkt hier, Geräteeinstellungen, das bestätigt ihr mit OK. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch auf Info und nach unten scrollen, bis zu eurer Version, die ihr installiert habt, auf euren Fernseher. Das ist diese hier zum Beispiel. Und hier drückt ihr so lange die OK-Taste, bis hier eben kommt, du bist jetzt Entwickler. Das heißt, wenn wir jetzt zurückgehen, ist hier nämlich noch ein neues Menü, nämlich dazugekommen. Und das ist jetzt Entwickleroption. Das hatten wir vorher eben nicht. Da kann man sich jetzt einen Fehlerbericht eben aufnehmen, falls irgendein Problem sein sollte. Eben mit einem Screenshot sogar. Und hier kann man sogar den Debug-Modus aktivieren, das Ganze aufheben und noch vieles mehr. Das kann man hier alles machen jetzt mit der Entwicklerfunktion. Das war es auch schon. Ein kurzes Video heute. Ihr habt Fragen dazu, dann verwendet doch die Kommentarfunktion. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Technikbau sagt, danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.